Hallihallo Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Moondown. Wir sind gerade auf dem Weg zur Brücke. Mit unserem Truck kommen wir leider nicht hoch. Da wäre die andere Straße die richtige, die ist allerdings mit da oben diesen Eisblöcken gesperrt. Und wie wir die entfernen weiß ich leider noch nicht genau. Ah, wir laufen jetzt erstmal hier rüber. Da drüben ist das Haus von Serpentini. Oh, da hätten wir mal noch ein kleines Stück mehr malen müssen. Aber wir haben es ja auch so ganz gut hingekriegt. Wir haben wieder zwei Wege. Wir könnten einmal hier runter. Sieht aber nicht so aus als würde das irgendwo hinführen. Ich gucke trotzdem mal eben kurz. Oh, ein Schlüssel. Hey, na gut, dass wir geguckt haben. Und dann geht es wohl doch erstmal hier hinten weiter über diese sehr stabil aussehende Befestigung. So, wir können hoch, wir können rechts. Wir gucken natürlich erstmal kurz nach oben. Da hinten brennt es. Die Musik wird verdammt gruselig. Laufen hier unten nochmal lang. Wird wahrscheinlich auf dasselbe rauskommen. Jo, macht keinen Unterschied. Wenn hier nochmal Honig dran stehen würde. Ja, wir haben nochmal hier Bienen. Sehr gut. Also sind wir doch nicht dran vorbeigelaufen. Das war halt so ein bisschen die Befürchtung, die ich hatte. Aber zum Glück. Alles gut. Ist das wieder? Ah, das ist wieder ein Boot von Florina. Jetzt gleich mal hier hergehen und schauen, dass wir uns das krallen. Ah, die Spiegelung im Wasser sieht schon schick aus. Gefällt mir gut. Generell so hier oben wird es langsam etwas ansehnlicher. So, komm her. Wir haben wieder was. Jemand raucht Biene in der Pfeife. Na, das sind die Imker. Da haben wir schon mal ein Bild von denen gesehen. Bienen. Ach, das ist alles klar. Ich verstehe den Tipp. Wir müssen die Biene mit dem Rauch aus unserer Pfeife hinauslocken. Da hinten steht was. Weiß nicht, was es ist. Da noch was. Schönen wir mal, es ist uns gut gesonnen. Okay, also mit der Pfeife einmal in den Bienenstock rein, damit wir uns den Honig rausholen können, ohne extremst zerstochen zu werden. Können die wieder übereinander packen. Aber es passiert nichts. Ich bräuchte mir eigentlich auch noch eine Kerze dafür. Aber wäre jetzt auch keine Wand in der Nähe, wo dann das Schattenspiel hätte passieren können. Ach, das sind die Imker? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nimm doch die Pfeife. Nimm die Pfeife. Rauch Pfeife. Rauch Pfeife. Alter. Alter. Was soll der Scheiß? Was hat der denn gegen mich? Rauch doch, rauch doch, rauch doch. Irgendwie reicht es nicht. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich glaube, wir sterben. Nein. Gut. Nicht nochmal. Geh weg. Ah, die verfolgen uns jetzt. Na, geil. Ach, du Scheiße. Ja. So mega geil war es jetzt nicht mit dem Rauch. Kommen die zu uns? Ne. Ey, die machen unsere Figur kaputt. Das war vielleicht eine Ablenkung. Zumindest haben sie uns nicht mehr im Visier. Ja, cool. Als würden Strohmänner nicht reichen. Jetzt natürlich auch noch böse Imker kommen. Ähm, okay. Den Schlüssel haben wir gefunden. Ne, das ist, das meinte ich nicht. Danke. Weiß nicht, ob wir die Pfeife... Wir haben einen. Ja, da. Geht nicht. Achso, jetzt haben wir direkt die Quest bekommen. Schlüssel für Steinhütte finden. Wahrscheinlich dort, wo es raucht. Weil das war ja auf dem Bild so zu sehen. Die Imker kommen wieder. Wir müssen ganz schnell weg. Was haben die bloß alle gegen uns? Ich verstehe das nicht. Ich will da eigentlich nur in Ruhe mein Opa finden. Wir bauen das mal schnell noch auf. Die haben wahrscheinlich nicht die besten Augen und denken, ich bin das. Aber ohne Florina wären wir ganz schön am Arsch gewesen. Ihnen rechts. Da ist der nächste Imker. Da kommt noch einer. Ach. An dem kommen wir ganz schwer vorbei. Ich höre doch schon wieder Bienen. Aber den besiegen können wir ja halt trotzdem nicht. Also wir können ja nicht mal mit den Fäusten schlagen. Ah. Wir werden auch ganz langsam, weil wir keinen Mut haben. Wir hätten wahrscheinlich einen Kaffee trinken müssen. Geh weg. Geh weg. Ich möchte gerne in das Haus. Ah. Aber wir sind so verdammt langsam. Oder bringt das was, wenn ich den anpuste? Ne. Ich glaube nicht. Mach die Bude auf. Wieder zu. Uh. Ja. Jetzt sind wir in einer ganz schönen Zwickmühle. Ah. Ah. Äh. Nein. Nein. Ach du Scheiße. Warum kann der durch Türen gehen? Also durch Wände. Durch. Durch was auch immer. Durch geschlossene Türen. Einige Gegner. Ach. Da kommt der nächste. Natürlich. Ah. Mann. So viel Pfeife können wir nicht raugen. Da sterben wir an einer Nikotinvergiftung. Hier ist ja gleich der nächste. Weiß langsam nicht mehr, wo wir hin sollen. Weiß nicht, was mit den anderen ist. Die scheinen nichts zu machen. Ich hoffe, dass wir genügend Tabak dabei haben. Also so können wir uns wehren, aber das geht wirklich nur auf Fernkampf. In der Nähe. Ihr seht es ja selber, wir können uns fast nicht bewegen. Es kam der Tipp, dass wir einige Gegner... Oh, hier ist das Bienenhaus. Sind die jetzt erstmal nett zu uns? Ich kriege mir Honig. Leer. Scheiße. Wir müssen hoch. Ich habe nicht das Gefühl, dass das der Weg ist. Klingt das was? Wenn wir jetzt gestochen. Ich kriege mir noch ein bisschen Honig ab. Bei diesem anscheinend nett zu uns. Was der hier macht, weiß ich nicht. Gucken. So, wir könnten... Ach, nee, nee. Habe ich auch für nicht gut empfunden. Also Honig ist hier genug. Aber wirklich viel passieren tut nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir dadurch irgendwas besser machen. Bewegen sich zwar dann immer so ein kleines bisschen, aber... Ah! Nein! Lauf! Oh, ah, hm. Ah, geht weg. Geht weg. Ach, das Spiel macht mich wahnsinnig. Ich würde mich einfach mal so gerne wehren. Irgendwo hinrennen, jemanden in die Fresse hauen. Aber es ist einfach nicht möglich. Ja, also das Bienenhaus haben wir gefunden, aber... Fragt mich bitte nicht, was wir da machen sollen. Es wird immer komplizierter hier. Hatten wir auf jeden Fall das Gemälde mit dem Schlüssel in dem Haus, was raucht. Ich glaube, der Imker ist jetzt erst da oben. Aber in das Haus, was raucht, kommen wir halt nicht so wirklich rein. Oh, jetzt mittlerweile schon. Er ist dahinter gelaufen. Wir müssen die ja anscheinend wirklich mit diesen Steinfiguren ein bisschen weglocken. Oder er ist noch hier drin. Nö, ist er nicht. Mach jetzt trotzdem mal die Tür zu, auch wenn es nichts bringt. Okay, davon... Hatten wir schon mal ein Gemälde anscheinend? Du sollst nur einmal umblättern. Wenn wir die jetzt in die richtige Reihenfolge bringen. Also zuerst das Ding. Das ist richtig. Dann das. Ne, es hängt doch schon richtig. Ich hab so Schiss, dass der Imker auf einmal wieder hier drin ist. Einige Seiten im Tagebuch ergeben kombiniert mehr Hinweise. Versuch hier mal in Ruhe nachzudenken, wenn du die ganze Zeit die Angst hast, dass der Imker hier wieder reinkommt. Ähm. Wahrscheinlich ist das jetzt gemeint. Aber keine Ahnung, was die da von mir wollen. Hier schinken im Raum und das Fenster ist vier Scheiben hoch. Ja. Halt echt Angst. Der Imker gleich wieder hier drin. Und warum baumelt er jetzt? Und wir das? Vielleicht sieht er uns ja einfach nicht, wenn wir hier drin sind. Das wäre schon mal ganz gut. So, okay. Also wir können die bewegen. Also der lebt halt anscheinend irgendwie noch. Mit den auch prügeln? Nö. Eins, zwei, drei, vier. Ja, es ist vier Scheiben hoch. Hab ich verstanden. Aber was für eine Reihenfolge soll das denn machen? Also wir haben das erste ganz unten. Dann eins freilassen. Dann das zweite. Ne. Da oben. Eins, zwei, drei, vier. Aber es sind ja insgesamt fünf Flecken. So. Und erst die fünf. Wir können es ja nicht in der Höhe verändern. Kommt halt Licht rein, was sich hier hinten drauf wirft. Tut mir leid, wenn ich gerade auf dem Schlauch stehe. Beruhig dich. Alles gut. Den können wir halt nicht. Also den können wir nur so machen. Lass mich nochmal ins Tagebuch schauen. Also es geht um Noten. Achso. Hier unten steht es doch. Eins, vier, zwei, drei. Eins. Vier. Zwei. Zwei. Ist jetzt irgendwas passiert? Er am Ende noch. Du hättest jetzt verstanden. Warum ist vier Fenster hoch? Eins, zwei. Drei. Vier. Ach und dann nochmal die Eins. Eins. Habe ich gesagt. Wir müssen es vielleicht auch schnell machen. So, wir probieren es nochmal. Eins, vier. Zwei, drei, eins. Eins, vier. Eins. Vier. Zwei. Drei. Eins. Hä? Bin ich irgendwie doof? Ja. Was haben denn die jetzt noch damit zu tun? Die hängen alle in verschiedenen Höhen. Aber wir haben eins, vier, zwei, drei, eins. Eins. Vier. Zwei. Drei. Ein. Ah, verdammt. Eins. Vier. Oh, nehmt doch das Richtige. Eins. Vier. Zwei. Drei. Drei. Eins. Ich glaube es passiert was. Er gibt uns einen Schlüssel. Jetzt hat es geklappt. Weiß nicht warum davor nicht. Ich war vielleicht zu langsam oder... Gut, wir haben einen Schlüssel für Steinhütte gefunden. Bitte kein Imker, bitte kein Imker. Sieht erst mal gut aus. Der ist immer noch da hinten. Rätsel gelöst. War ja gar nicht so schwer. Ich weiß nicht, ich habe das nicht verstanden mit den Lichtflecken da noch und... Generell, wenn es uns eh hier direkt das Notenbuch da unten hingeblättert hat, dann war das Rätsel ja nun wirklich nicht schwer. Da sind wieder Imker. Also die Steinhütte ist die dort, ne? Jetzt müssten wir die Imker am besten wieder hier rüber locken. Aber hier ist nicht nochmal... So ein Steinding. Hm. Ich habe halt echt Angst. Was denn jetzt? Wo denn? Ach, der hat uns gesehen. Scheiße. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass ich gleich am Anfang irgendwo ein Gewehr übersehen habe. Was mir das ganze Leben hier viel leichter gemacht hätte, weil so viel Munition, wie wir mittlerweile haben... Allerdings hätte das Spiel ja dann vielleicht auch irgendwie den Tipp gegeben, von wegen Ziel mit rechter Maustaste oder... Sowas in der Richtung halt. Also wir müssen in die Steinhütte, aber... Wäre es mir vorher ganz lieb, wenn der Imker erstmal von uns lässt. Ich glaube, solange wir diese Hand haben, ist das... Ah, da ist er wieder. Ja, jetzt husten wir langsam. Verständlicherweise. Ja, wir hatten hier drüben noch so einen Steinkreis. Da müssen wir halt hier den drüben... Der drüben D, Entschuldigung. Kann nicht mehr reden. Alles viel zu aufregend. Ja, lauf doch. Ach, wir müssen wirklich mal einen Kaffee trinken. Müssen den Kreis hier aufbauen, dass der wieder hier rüberkommt. Kriegt der noch eine? Nö. Komm, mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Boah, zwei hier gleich. Und weg hier. Und wir laufen einmal groß außen drum herum. Können jetzt in die Steinhütte mit dem Schlüssel. Und schauen mal, was dann... ...als nächstes auf uns wartet. Ja, so kompliziert kann es sein, ein bisschen Honig zu holen, ne? Da denkst du, du folgst einfach den Schildern. Findest irgendwo einen kleinen Bienenstock. Hältst mal deinen kleinen Finger rein. Aber nein. Nicht beim Wunderung. Ja, hier, nimm den jetzt. Hör auf. Hör zu. Die sind alle leer, die wir finden. Wir speichern mal kurz zwischen. Wir könnten uns hier zumindest mal wieder einen Kaffee kochen. Alter, was ist das für ein Walkie-Talkie? Auwach. Die kommen jetzt durchs Fenster rein, oder was? Mist, hätten wir vorher die Dinger zumachen müssen? Ah. Aber ich sehe schon, dass der sowieso gleich hier reinkommt. Oh, es wird auch direkt unklar. Finde ich cool gemacht. Also, ja, macht natürlich Sinn, aber... Habe ich gar nicht damit gerechnet. Bin wir jetzt sicher. So, weiterfunk. Ach du Scheiße. Ich fühle mich nicht so ganz sicher. Das Fenster kann ich leider auch nicht zumachen. Wo ist der Schilder? Wo ist der Schilder? Wo ist der Schilder? Florin, ein Schilder! Nein, wo ist der Schilder? Der Schilder der Flurin. Florin! Was ist der Schilder der Flurin? Schilder der Flurin? Primo! Feiert bei der Schilder! Sekunde! Wie nach? Sekunde! Und dann? Der Schilder der Flurin? Der Schilder der Flurin? Ich werde den Schilder der Flurin? Prokurat für die Schilder der Flurin? Primo! Okay. Will das wieder abbrechen? Nochmal Nachschub? Ne, tschüss. Tschüss, Corporal Walter. Lungar ist der Funk! Primo! Brauchen wir nicht unbedingt Holz, nehme ich gerne, weil ich glaube, mal einen Kaffee kochen und dann wieder dahinter, wo die ganzen... Habe ich schon. Äh... Der schickt hier Bienen auf mich. Fenster sind zu. Na ja, mal gucken, wie wir an den Honig kommen. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen geht's dann weiter. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.